Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten von bestens.de. Heute geht es um einen Wasserkocher von Philips. Ich möchte alle wichtigen Eigenschaften des Produkts aufzeigen und dir eventuell bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey, bevor das Video richtig anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du findest unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du den Preis gerne einmal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Bei dem Wasserkocher HD9350 von Philips handelt es sich um ein Modell, welches bereits durch sein ansprechendes und langlebiges Edelstahl-Design überzeugen kann. Der gebürstete Edelstahl mit Lebensmittelqualität ist hergestellt für eine langfristige und zuverlässige Verwendung. Es handelt sich demnach nicht nur um eine ansprechende Optik, sondern auch um einen praktischen Aspekt, der eine langfristige Nutzung gewährleisten soll. Zusätzlich dazu bietet das Produkt aber auch noch eine ausgezeichnete Heizleistung, durch ein effizientes und flaches Heizelement bereitgestellt wird. Der komplette Aufbau ist sehr leicht zu reinigen und auf der Oberseite ist ein gefederter Deckel mit einer großen Öffnung verbaut. Dadurch ist eine mühelose Reinigung immer möglich. Der Deckel wird über einen Knopf am Griff geöffnet, sodass jeglicher Kontakt mit Dampf verhindert wird. Ein nützliches Feature ist zudem die elegante Kontrollleuchte, die im Gerät verbaut ist. Die blaue Lichtanzeige ist im Ein- und Ausschalter integriert und leuchtet auf, sobald der Wasserkocher eingeschaltet wird. Die Kontrolle kann dann ebenfalls leicht über die Wasserstandsanzeige unter dem Griff behalten werden, da sich auf diese Weise der Wasserstand problemlos jederzeit ablesen lässt. Die Menge an Wasser wird zudem direkt praktischerweise in Tassen umgerechnet. Um die Sicherheit muss man sich ebenfalls keine Sorgen machen, da ein mehrstufiges Sicherheitssystem verbaut ist, welches gegen Trockengang ausgerichtet ist und welches nach Abschluss des Kochvorgangs das Gerät automatisch abschaltet. Die Kanne verfügt über ein hohes Fassungsvermögen von 1,7 Litern. Befüllt werden kann dieses Modell sowohl über den Auslauf als auch über den Deckel. Der Auslauf ist zudem mit einem Sieb ausgestattet, sodass keine Verunreinigungen mit dem Wasser aus der Kanne gespült werden. Mit Strom versorgt wird der Wasserkocher auf der 360 Grad Pirouettenbasis, die gleichzeitig ein komfortables Anheben und Aufsetzen ermöglicht. Diese Basis verfügt über eine verdeckte Kabelaufwicklung, mit der man das Kabel unterhalb der Basis aufwickeln und so ganz einfach verstauen kann. Wir haben den Wasserkocher in der Redaktion getestet und konnten uns so direkt selbst von der Qualität des Produkts überzeugen. Bereits die Optik ist sehr ansprechend und dieser positive Eindruck wird auch durch die Nutzung noch weiter verstärkt. So kann man das Gerät sehr leicht befüllen und das Wasser wird innerhalb kürzester Zeit heiß. Der Deckel und der Anschalter lassen sich leicht bedienen und zusammen mit der Wasserstandsanzeige kann man so ganz leicht die Kontrolle behalten. Insgesamt zeigt sich somit, dass es sich bei diesem Produkt um einen hochwertigen Wasserkocher handelt, bei dem sich der gute Name des Unternehmens schlussendlich auch in der Qualität des Produkts widerspiegelt. Mit der Nutzung dieses Wasserkochers lässt sich daher im Vergleich zu anderen Methoden zum Aufkochen von Wasser einiges an Zeit und Arbeit sparen. Haben wir denn Interesse an solch einem Produkt geweckt? Dann schau einfach in die Videobeschreibung. Dort ist das hier vorgestellte Modell mit dem besten Preis verlinkt. Falls Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Carsten von Bestens